Ja, und ich möchte eines anmerken, die schnellste Runde ist mal gerade um 0,160 Sekunden langsamer. Das ist ein bisschen ärgerlich. Hätte man sich sicherlich sogar die schnellste Runde holen können. Meine Güte, wie gesagt, echt müde und bin froh, das Rennen so heil überstanden zu haben. Räikkönen ist sicherlich die Enttäuschung, Startposition 2 und am Ende ist er dann wirklich nur Fünfter geworden. Und ja, ich glaube, es sind alle mit zwei Stops gefahren. Er wäre wahrscheinlich sogar nur Sechster geworden, wäre nicht Max Verstappen noch ausgeschieden. Das sollte man vielleicht auch mal sagen. Und die Enttäuschung Nummer 2 ist definitiv Sergio Perez. Ja, Force India sollte Punkte holen und nicht so weit hinten rumeiern. Aber ich habe recht gehabt, es gibt es 1, 2, 4, 6, 18, 12, 15 und dann 18, 25. Ja, kann man sich merken, aber wie gesagt, ein wirklicher Fan davon bin ich halt nicht. Wir gehen mal zur Rennleitung. Gab es irgendwelche Zwischenfälle? Ja, Kollisionen gab es. Es gab es eine Streckenbegrenzung, Überschreitung. Damit kann man Leben und zweimal mechanisches Versagen. Gut, ich würde sagen, wir schauen uns die Wiederholung an und dann schauen wir mal, wie es im WM-Stand steht. Aber ich denke mal, die erste Runde, ihr kennt das ja schon. Ja, und dann gucken wir mal. Ein eigentlich wirklich sehr guter Start. Wir suchen hier den Windschatten. Ich hätte mir einen etwas besseren Start gewünscht, aber mit den harten Reifen, mit den harten Schlappen ist da nichts möglich. Hier sind wir sehr konservativ rangegangen. Ja, da versucht's Werlein, aber wir haben hier natürlich auch ein bisschen Windschatten von Stroll. Obwohl, er geht sogar vorbei. Ja, die weichen Reifen beschleunigen besser, wie jetzt sind wir im Windschatten, gehen nach innen und gehen wieder vorbei. Und nicht nur da, ich bin der Meinung, wir attackieren auch Stroll, der aber dann doch vorne bleibt. Ja, also wir haben uns dann schon schwer getan mit den Überholen. Das hätte ich nicht so erwartet, dass es so schwer wird. Vielleicht wäre auch ein anderes Setup bei der Technik notwendig gewesen. Ja, wir haben uns, glaube ich, minimal berührt. Obwohl, Kollision war nicht eingetragen. Ja, muss man mal gucken. Also vielleicht wäre hier ein Setup mit ein bisschen weniger Abtrieb besser gewesen, auch wenn wir in den Kurven langsamer gewesen wären. Andererseits, sage ich mir, mehr als die Position, die wir haben, wäre so oder so nicht drin gewesen. Aber hat man gerade eben auch gut den Rutscher gesehen. Also da ist eh die Grenze gewesen, glaube ich, des Machbaren. Unser Glück war noch, dass Verstappen ausfährt. Dadurch gab's da nochmal zwei Punkte mehr im Verhältnis. So, und das ist Runde eins. Und wir gucken uns noch Runde zwei an. Und ich denke, dann haben wir alles gesehen. Das Wichtigste zumindest hier schön raus, den Windschatten suchen. Ohne DAS schafft man hier auch ohne Probleme zu holen. Und wir bleiben sogar in der Innenbahn und fahren da vorbei. Also sehr gut. Jetzt zieht er rüber, sucht seinen Windschatten. Aber das ist schon längst zu spät. Ja, hier gibt's dann nochmal ein Riesenproblem mit den Reifen vom Vordermann. Es war, glaube ich, Daniel Quirt. Ich kann mich aber auch täuschen. Ja, und dann hier wieder die Option. Aber wie gesagt, wir waren zu langsam. Einfach viel zu langsam. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass die Reifen etwa zweieinhalb Sekunden am Ende doch langsamer waren pro Runde. Da war ich auch ein bisschen schockiert. Das hat man vielleicht gemerkt. Wir hätten mit den Gelben starten sollen. Es hätte uns ja auch alle Möglichkeiten gegeben. Aber hätte, hätte, Fahrradkette. Es hilft nichts. Letztendlich haben wir es nicht gemacht. Und hier attackieren wir jetzt nicht. Nee, nächste Runde war das. Man kann da überholen. Ja, auch hier wieder Riesenfahrfehler. Man sieht, wie wir kämpfen müssen, den Wagen unter Kontrolle zu halten. Und hier haben wir den Poller abgefahren. Ja, und jetzt sind wir dran. Ja, und da war dann eine Runde nichts. Und da hat er schon wieder Probleme mit blockierenden Reifen. Ja, dann müssen wir mal gucken. Also letztendlich kamen wir hier nicht vorbei. Als erstes Mal, dass wir die Kurve gut gekriegt haben. Muss man ja auch sagen, jetzt ist DRS im Übrigen an. Und mit DRS, ja, schafft man das dann doch. Also das geht dann schon. Ja, man sieht es. Das Flügel geht auf. Ja, und dann geht es hier vorbei. Sehr, sehr schön. Ja, und dann attackieren wir schon den nächsten. Suchen den Windschatten. Aber da gibt es dann keine Option. Gut, ich würde sagen, wir haben genug gesehen. Wir schauen uns an, wie es in der WM steht. Sammeln noch die Punkte ein, die wir sammeln können. Da knatscht der Tisch ein wenig. Ich weiß gar nicht, ob man es gehört hat oder nicht. Aber das ist aufgrund der Fußleiste, die ich unten habe. Die knatscht ein wenig. Müsste ich mal korrigieren. Ja, wir haben genug Punkte übrigens. Wir hätten den Wagen auch entwickeln können. Das haben wir natürlich jetzt nicht gemacht. Ist jetzt aber auch nicht schlimm. Ja, läuft. Weiter geht's. Das ist uninteressant. Ist eh alles hoch. Das interessiert eh nicht. Ja, Boxen-Stops sind 20% schneller. Update des Ampelsystems stellt sicher, dass keine unnötige Verzögerung zwischen Boxen, äh, Stopp, Abschluss und Freigabe gibt. Wodurch die Boxenzeit zusätzlich um 10% reduziert werden kann. Insgesamt 20. Ja, wenn wir noch weitere Boxen-Stops durchführen, nämlich noch mal genauso viel, dann geht das hier auch hin. Und die Entwicklung, ja gut, so viele Punkte haben wir nicht, dass wir da gleichzeitig entwickeln können. Ja, und da müssen wir mal gucken, was müssen wir hier machen. Schließe 20 Rennen als Erster ab. Wäre der erste Fahrer und beendet das Rennen. Ja, dafür müssten wir das auch mal werden. Ich weiß nicht, können wir die Entwicklung jetzt sogar noch machen? Das wäre natürlich cool. Wir können ja mal gucken. Und zwar wollen wir F und E machen. Und wir sagen, wir wollen eine Empfehlung. Die Empfehlung ist ganz klar der hintere Unterboden. Ja, gehe ich konform mit. Das können wir machen. Finde ich gar nicht so schlecht. Alternativen haben wir ja eh kaum. Wir könnten ansonsten hier noch die Chassis-Leistung verbessern. Ja, Reifenabnutzung wird reduziert. Ist vielleicht gar nicht so schlecht. Was haben wir hier? Eine überarbeitete hintere. Ja, Gewichts... Ich glaube, der Reifenabrieb. Ich glaube, das mit dem Reifenabrieb ist mir ehrlich gesagt lieber. Es ist unser größtes Problem. Also wir entscheiden uns sogar für ein anderes. Geschätzte in Japan. Wir hoffen mal, dass es gleich funktioniert. Und Big in Japan... Gucken wir uns gleich an. Müsste das nächste Rennen sein. Hier sind übrigens irgendwelche Leute. Ich kenne die nicht. Keine Ahnung. Big in Japan ist das nächste. Und wir haben unser schlechtestes Ergebnis seit Aserbaidschan. Ja, in Baku Platz 6. Und damit eines der schlechtesten der Saison sogar. Also das ist schon fast enttäuscht nach vier Siegen. Wie gesagt, wir kämpfen hier um die WM. Man muss das ganz klar sagen. In der Fahrermeisterschaft sind wir hinter Hamilton abgerutscht. Kimi Reykön mit lustigerweise 222 Punkten führender vor Lewis Hamilton und uns. Also da ist es mega spannend. Und auch Bottas ist ja noch drauf und dran. Also erst nicht weg und Vettel. Ja, er bringt sich nochmal ins Gespräch. Aber sind wir ehrlich, ich glaube, das wird nichts mehr. Das sind zwei Rennen, die er braucht, um in Führung zu gehen. Wenn alles, aber auch wirklich alles für ihn läuft. In der Konstrukteursmeisterschaft sieht es wie folgt aus. Red Bull und Renault sind punktgleich mit 224 Punkten. Damit haben wir gerade mal als Team zwei Punkte mehr als Kimi Reykön als Fahrer. Also sensationell, sensationell, was der da macht. Und was mich noch interessiert, ist es natürlich, Nico Hülkenberg holt sich Punkte und sichert sich erst einmal Platz 14 vor Fernando Alonso. Also ich würde mich freuen, wenn es noch einen Platz hoch geht. Wäre eine ziemlich, ziemlich coole, abgefahrene Sache. Muss man halt auch mal sagen. Ja, das sind übrigens die ganzen Saisons. Bis zu zehn Saisons könnten wir fahren. Werden wir aber wahrscheinlich nicht schaffen. Vielleicht mit Formel 1 2018 dann. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Auch wenn mir das Halo-System dort nicht gefällt. Wir müssen mal gucken, wir haben noch zwei, vier, fünf Rennen. Und zwei Rennen braucht alleine Vettel, die er gewinnen muss und alle anderen ganz schlecht sind, um vorne dran zu sein. Also ich glaube, der Zug ist abgefahren. Ich glaube, er hat seine letzte Chance hier in Angriff genommen. Ob das reicht, ja, das weiß man nicht. Das wird man sehen. Das nächste Rennen ist, ja, der große Preis von Japan. Und der Reifenverschleiß wird eine Rolle spielen. Ich hoffe so ein bisschen auf das Update. Wir können das gut gebrauchen. Und ich würde sagen, ich würde sagen, reifenmäßig, ich glaube, reifenmäßig nehmen wir diesmal den Mittelweg. Ich glaube, das ist ganz gut. Der harte Reifen ist doch viel zu hart. Das macht uns vielleicht ein bisschen flexibler. Ja. Ich würde mal sagen, danke fürs Zugucken. Würde mich über einen Daumen hoch freuen. Und bis zum nächsten Mal. Euer Xelron. Gehabt euch wohl. Und au revoir. Ja, da bin ich dann doch noch mal. Ha, vom Wegen. Ja, super. Ja, super. Das ist natürlich nicht schlecht. Verbesserung minus 2,5%. Das ist wahrscheinlich, die 2,5% sind wahrscheinlich der Reifenabrieb. Ist ja nicht so schlecht. Muss man ja mal sagen. Ist mal nicht so schlecht. Gut. Nichtsdestotrotz, ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal. Ich baue jetzt noch die alten Teile. Ich kann das ja mal zeigen. Vielleicht interessiert es ja den einen oder anderen. Aber generell baue ich dann hier immer die alten Teile ein. Ist ja logisch. Denn letztendlich kann man die natürlich aufbrauchen, bevor wir hier sämtliche neuen Teile verbrauchen. Ja, hier wird es dann schon schwieriger. Da müssen wir mal gucken. Denn hier mit dem Turbolader haben wir ein echtes Problem. Aber ich denke mal, für das erste Training kann man den auch mal nehmen. Hier 45%. Gut, das haben wir gemacht. Das mache ich eigentlich immer vorher. Und ich sage ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.